Hallo Leute, heute mal wieder mit Play am Start in Dortmund, ihr seht schon hinter mir Burgerladen, ihr kennt Roasters, habe ich schon mal in meinem Vlog gehabt. Er macht mir eine Ansage. Die Ansage ist, dass er mich niemals knockt, also dass er niemals schneller einen Burger verputzt als ich. Ich sag safe, ich esse so oft Burger hier, ich habe sogar meinen eigenen Burger kreiert, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist meine Stadt, deswegen, komm. Egal, Bruder, komm. Er war schon bescheid. Wir brauchen irgendwas besonderes. Mach einmal, ich knock ihn eh, egal was für einen Burger du bringst, ich knock ihn eh. Keine Probleme, Bruder, kein Problem einfach. Setz euch hin, ich mach euch was Überkrasses. Kann er auch zeigen, wie du den Burger machst? Ja klar, komm mit. Da haben wir auf jeden Fall Leute, warte kurz. Auf jeden Fall, erinnert euch an seine Worte, ne Bruder, komm kurz hin. Ich will, dass du was normal sagst. Ich will keine schlimmen Wörter sagen, aber ich knock ihn. Ok, werden wir sehen. Safe, ich werde ihn knocken. Ey Jungs, habt ihr Hunger? Ja. Richtig schlecht. Na, ich habe meine ganze Bande mitgebracht, weil, Digga, ich habe einen Burger kreiert, den müsst ihr jetzt probieren. Mach doch auf Designer, Bruder. Kannst du das sehen? Nein, Bruder, das ist mein Burger. Egal, den werdet ihr später auch sehen, aber was machst du jetzt eigentlich für einen Burger jetzt? Was willst du jetzt für einen Burger? Nein, Bruder. Er weiß aber nicht. Sag mal, Bruder. Einfach Überraschung oder? Ja, ja. Mach euch was. Sag, Bruder. Wie gesagt, Bruder. Egal, was für einen Burger kommt, ich knock ihn eh. Tschüss, Digga. Habt ihr auch Dönerspießchen? Guck mal. Nimm auf. Nimm auf, Bruder. Das Ding ist, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe mich heute die ganze Zeit hier vorbereitet. Ich werde Bojan auseinandernehmen. Er hat gar keine Chance. Ich bin aber gespannt, was für einen Burger die machen. Was geht, Bruder? Ich bin auf einmal auch einfach da. Einfach in der Küche gelandet. Denkt ihr, wie sie bei McDonalds, da ist alles so schwarz. Guck mal, das ist richtig falsch. Guck mal. Auf jeden Fall, mir ist gerade was Spontanes eingefallen. Die haben hier von New Era solche Roasters Burger-Cast, weißt du? Der Erste, ihr müsst aber ehrlich sein, Bruder, ne? Ja, Bruder. Der Erste, der von meinen Leuten hier diesen Merz-Burger isst, der kriegt die Capita. Ihr macht aber ein Foto mit ihm. Ich will das Foto sehen. Der Erste, der von euch hier kommt und mein Burger ist, der kriegt die Capita. Die Capita geschenkt. Mit Foto, ich will das Sim, Bruder. Nicht, dass er mich verarscht. Kein Problem, Bruder. Dann. Okay. Und er kriegt noch eine Cola oder so? Nein, Pommes getränkt. Okay. Ich trage keinen Krims. Das sind die Burger. Der ist ohne Pasta immer. Ja, ich war ohne Pasta. Und einmal Pommes. Der sieht ja lecker aus hier. Gönnt euch. Hast du von meinem Pommes gegessen? Ja. Warum? Warum machst du so jetzt? Kennt ihr Ferdin noch vom Crack-Vlog? Nein, ich kenn keinen. Ich habe jetzt hier noch meine Vlog-Kamera aufgestellt, damit ihr von Nahen sehen könnt, wie ich ihn jetzt abziehen werde. Ist der Burger fertig? Kommt der jetzt? Ja, Mann. Okay. Das ist hier jetzt der Burger. Das sind neun Buletten. Neun mal 160 Gramm. Kann ich gerade nicht im Kopf rechnen, aber Merd weiß gar nicht, was auf die Zukunft kommt. Das ist so ein Burger. Ja. Das ist so ein bisschen. Was ist das? Was ist das für ein bisschen? Das ist richtig eins gegen eins. Boxerei gegen diese beiden. Du hast mir gesagt, du willst dich mit ihm weggehen. Ich dachte mir. Meinst du ernst jetzt den Burger? Ich gehe nicht, Bruder. Also... Wer soll denn jetzt essen von uns beiden? Das ist so heftig, ja? Guck mal, was es mit mir für ein Burger gibt. Bruder, wir sagen überraschend. Guck mal, er ist richtig toll. Ess mal diesen Burger. Ja, du kriegst es auch. Bruder, ich mach dann zwei neue Burger. Okay? Aber was willst du mit dem Burger machen jetzt? Bruder, ich esse das schon. Gib dem Ferdi. Ferdi ess mal, Bruder. Hat jemand Bock von euch? Bruder, er macht Burger-Challenge, ihr habt vor dem Burger Angst. Er macht jetzt die Burger-Challenge, nicht hier. Nein, ey, wenn er den nicht isst, dann soll er daraus und zwei Burger machen. Ja, natürlich. Isst du den wirklich auf? Ne, eure Burger. Guck mal, willst du sein Gesicht ab? Er freut sich schon noch mal. Jungs, isst du den wirklich auf jetzt? Sohallah. Ich schwöre. Der macht Challenge gegen euch beide. Er gegen euch beide, Alter. Wenn der es schafft, diesen Burger aufzüessen, ne? Was gibst du ihm? Puffi? Alleine, Bruder. Alleine. Du isst den alleine auf. Jetzt. Warte doch mal. Heute noch. Er hatte doch auch einen Burger, Bruder. Komm mal auf mit den Pommes, das ist zu viel. Der ist Hunger. Ich guck dich doch. Der ist locker, Bruder. Komm, wie süß der jetzt, ja? Das ist aber dein Burger, Alter. Mach mal da, ich mach hier. Bruder, für mich ein Wasser ohne Kohlensäure bitte. Kann auch von der Marke Hayat sein. Guck mal. Grüße an Jan nebenbei. Ja. Wegen Hayat. Diese Dings, Wasser an Schienen und so, nur damit du das schneller runterkriegst. Nein. Sei ehrlich. Nein. Seit wann trinkst du Wasser, Bruder? Immer. Danke, Bruder. Boykottier Coca-Cola. Leute, trink kein Coca-Cola mehr, bitte. Ich schwöre. Guckt euch meine letzten Bilder auf Instagram an, wie ihr eine Cola schläft. Wo? Zeig jetzt. Vor dieser Kamera. Ist kein Problem. Aber Walla, du lässt drinnen. Ja, ich lass drinnen. Okay. Guck mal. Bitte guck mal auf den Bildschirm. Richtig erwischt. Das ist doch nicht meine Cola. Das ist doch nicht meine Cola. Bruder, das sind doch zwei. Meine und deine. Meine ist da, wie ihr seht. Und seine ist da. Zack, Zack. Und du musst das drinnen lassen, weil du hast Walla gemacht. Scheiße. So, unsere Pommes. Boah, Baba. Ich wollte ohne Tomate, ja. Kann ich kurz runternehmen? Ja, nimm runter. Okay, das ist schon mal die erste Aktion. Kannst du hier kurz rausnehmen, Bruder? Die Tomate? Jetzt so ein bisschen Hoffnung zu grimmen, weil die Tomate weg ist. Bruder, er sagt, das ist doch nicht so Ketchup. Das ist wie eine Tomate. Ich esse immer ohne Tomate. Oder was ist das? Komm mal. Mach mal einer 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Ich will den Burger genießen, Jungs. Das tut mir voll leid, wenn ich das so esse. Hallo. Schlimmer. Ja, aber nicht. Bye. Wie bist du solange, lieber? Boah, drei Buletten ist krass, Bruder. Bruder, Mohr, wenn du den schaffst, ne. Ich hab noch Comic lassen zu essen, Diller. Das klingt einfach an meiner Hand, Bruder. Ey, ruf mal Kackengang. Wollt aufschmeißen. Bruder. Ey. Man braucht nach jedem Biss diese Dings. Mou. Ja, Bruder. Hast du auch gegessen? Ja. Ich geb dir Fuffi. Schau alles noch rein. Ich geb dir Fuffi, wenn ich mich in Ruhe niss. Das stimmt. Na, den Bruder. Ich bin auf die Hitsch, Bruder. Boah, Alter. Wer hat denn die drei Buletten draufgekragen? Ich glaube, wer war das? Ja, war das. Ruf mal hin. Nein. Bruder, komm mal ein bisschen groß. Was denn, Bruder? Hast du was gegen mich? Wieso, Bruder? Hast du was gegen mich oder nicht? Geht ein bisschen, Bruder. Bruder, wieso tust du hier drei Buletten drauf? Wer soll das essen? Bruder, du hast doch Triple bestellt. Ich hab ganz normal Challenge bestellt, kein Triple Mippel. Aber kann so sehen. Du, ey, ist doch fast fertig. Tschüss, Bruder, mach ganz schlau. Ich dachte, wir müssen so essen. Egal, tamam. PBBAN Böööö, PBBAN HAHAHAh Ey, mein mengen vallah.. Ey, wallah was du da. Und giving disqualifikation. Und damit dich Jörg colocaszin. Ich hab wegen Disqualifikationen gewonnen. Mir geht's voll schlecht. Guck mal, er leg ich jetzt noch. Der hat die halbe Zeit mit seinem Bart verbraten. Jetzt den richtigen Banger. Guck mal den an, Alter. Ja, Bruder, ich esse den noch zu Ende auf jeden Fall. Bruder, dass du meine Cola getrogen hast, ja? Hab ich. Ich hab keinen Cola getrogen. Erd getrogen, Cola sogar. Leute, bitte diese Hand. Auf jeden Fall, Leute, ich bin am Arsch. Diese drei Buletten haben echt mein Leben auseinandergenommen. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hab verloren gegen Bojan. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Danke, Bruder. Er zieht Bauch ein, ey, ich kann nicht mehr, ich schwöre. Ist einfach nicht schnell. Wenn ihr hinkommt, dann genießt den Burger. Und auf jeden Fall, wenn ihr hinkommt, checkt meinen Burger ab. Wenn ihr hinkommt, nehmt 6 Garos mit. Für nachessen. Auf jeden Fall, checkt meinen Burger ab. Matt Burger. Ansonsten, ja, du hast gewonnen. Ich kann gar nicht mehr reden, Bruder. Ich bin voll weg, Alter. Angeschlagen. Was machen wir jetzt? Wunderbar. F*** mein Leben. Na Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach. Gar nichts. Genau, wie gerade gar nichts passiert ist. Macht einfach gar nichts. Scheiß auf alles. Scheiß auf Daumen hoch. Scheiß auf kommentieren. Macht gar nichts einfach. Kommt in diesen Laden. Gönnt euch diesen Burger. F*** meinen Kopf nicht. Kommt einfach hier in seit einem Matt Burger. Ohne, ihr kommt hier rein. Sag nicht mal hallo. Sag einfach Matt Burger. Setzt euch hin. Der kommt zu euch. Ansonsten... Willst du machen? Wollen wir beide machen, Bruder? Was denn, Bruder, überhaupt? Das Ende. Er kann nach Serbos. Mach zu mal. Er hat das in meine Heimat gemacht. Lava? Marokko. Marokko, Bruder, die reiten auf Esel dann. Richtig schlecht. Auf jeden Fall Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann putzt den Boden. Ey, warte, er soll einmal tschau sagen. Er ist der motivierteste andere. Kollege. Bruder. Alkadasch. Sag einmal tschau. 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 Tschüss. Äh.